Es lag eine Reihe über Vulkane im Haus herum und Arda hasste diese Bücher. Sie gehörten seinem Vater, er war Geologe und beschäftigte sich mit Vulkanen. Die Bücher waren so fachlich geschrieben und in einer so kleinen Schrift, dass Arda es als eine Strafe betrachtete, wenn er sie lesen musste. Untertitelung des ZDF, 2020